Hi Leute, ich wollte fürs Hirakunin Iki Event nochmal meine Höchstpunktzahlen festhalten. Ich hatte ja für den ersten Tag ein Video rausgebracht, wo ich es halt auch einfach mit den Free2Play Chars gemacht habe und gezeigt habe. Und das sind halt meine Werte mit meinen Chars. Also ich habe bei allen Tagen bis auf dem dritten über 4000 Punkte gemacht. Beim dritten gegen die Slimes habe ich mega gestruggelt, weil ich spiele eine Key-Main und ich habe andere Elektro-Slimes drin gehabt, wenn die auf dem Feld sind. Ich habe zwei Ice-Chars, die gebaut sind mit Gany und Ayaka-Main. Und ja, die neue Bal, die im Aufbau ist, die hätte auch nicht wirklich geholfen und somit war irgendeiner der Slimes immer wieder mehr oder weniger vom falschen Element. Und ich habe mir echt gedacht, für die Stage vielleicht einen physischen DPS zu haben oder so, wäre echt cool gekommen. Habe ich aber nicht. Ja, aber das ist die einzige Stage, wo ich nicht auf 4000 Punkte gekommen bin. Und ich denke, dass alle mit den Free2Play Chars machtbar gewesen wären. Nur die Slime Stage, da sind die 2000 Punkte ein bisschen schwieriger zu knacken gewesen. Aber in den anderen Leveln sind die Monster ja eigentlich relativ normal. Ich fand selbst die HP-Zahlen von den Ruinen-Kolossen und Ruinen-Wächtern sehr erträglich, sage ich mal, auch von den Lava-Julls. Und dementsprechend muss ich sagen, es war eigentlich ein ganz schönes Event. Ich meine, ich denke, es ist auch sehr anfängerfreundlich gewesen, da man halt ein paar Chars testen konnte. Und ja, kann man gerne wieder machen, finde ich. Also war okay. Man kam halt leicht an die Primo-Gems dran. Man konnte ein bisschen tryharden für die Punktzahl. Ich fand das auch okay, dass das Edel-Emblem bei über 4000 Punkten nichts extra gegeben hat. Das fand ich voll in Ordnung. Sonst hätte es bestimmt Leute gegeben, die wären traurig gewesen, dass sie nicht an die Belohnung gekommen wären. Ich habe es ja auch an einem Tag nicht geschafft. Und ja, das war es dann abschließend dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact haben wollt, dürft ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.